Hallo zusammen! Ich hoffe es geht euch allen gut da draußen. Die Tanki 172 ist das erste Mal mit einem Flip-Flock-Lack. Und es war mir eine Ehre, diese Tanki teilzuhaben. Da hat es etwas Besonderes mit Aufsicht, da schreibt man noch was dazu. Und ich glaube sie ist sehr sehr schön geworden, sowohl vom Aussehen als auch vom Klang. Auf der einen Seite ist es eine afrikanische Pentatonik, auf der anderen Seite die Natural Minoir. Bei der anderen Seite ist es eine kompiläre Plinale, die Lichter stehen, die Lichter stehen, die Lichter stehen, nicht nur mit mir, nicht nur die Lichter stehen, sichtigen die Lichter stehen, wenn es noch etwas anderes ist. Das war die Natural-Minor-Seite. Das ist die afrikanische. Das ist die afrikanische. Das ist die afrikanische. www.stephans-tankis.de oder www.tankifaktur.de. Das ist die afrikanische.